12, 113, 114, 115, uah! So gehen Rumpfbeuge in unserem Weihnachtsstall. Die Katze, sie sieht ganz leicht aus. Aber sagen euch, sie ist mega schwer. Die Kopfhörer sind perfekt für Leute wie ich, die Weihnachten gerne viel essen und es dann wieder mit dem Sportjütte kompensieren. Powerbeats 3 sind die richtigen Kopfhörer für Sportler. Sie halten gut, sie tönen super und sie sind wasser- und schwitzfest. Heute im Swisscom Adventskalender. Dieses Jahr machen wir Geschenke. Gell? Schwerer Mocke.